Mein Name ist Rainer Masobust und ich arbeite in der Österreicher... Sovon gesagt. Mein Name ist... Entschuldigung. Über die Frage nochmal. Oder auch durch... Verdammt, jetzt habe ich mich verloren. Ich bin jung und brauche das Geld. Ich habe schon wieder vergessen, was eigentlich war bei der Frage. Ah, es gibt einen Keks? Ja, wenn du es gut hinkriegst. Ui. Ich habe tatsächlich... Oh, meine Keks, danke. Und unser Bier? Magst du einen Keks jetzt haben oder erst? Nein! Ich habe mich jetzt so aufs Sitzen und Lächeln konzentriert. Und wir als Autos. Es ist wieder Marketing-Scheiß. Entschuldige. Die gibt... Die... Pause! Also... Das halbe ich gerne bei Autos Binnen. Das macht es eigentlich recht abwechslungsreif... Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab-Ab. Ich lebe die Kekse hier! Und das macht es sehr abwechslungsreif. Ah... Hast du auch noch einmal die Frage? Ich glaube wir machen das noch einmal. Genau! Mehr kriege ich nicht raus. Was mir am meisten arbeitet... Das war eigentlich damals das gleiche, ja. Okay. Gibt es sicher ein Takeout-Video auch, oder? Mhm. Irgendwie mit der Pause ist das ein bisschen verwirrend. Besser wird es nicht. Was haben wir offen? Nichts. Der Hauptschluss war scheiße.